Behandlungsbereich und an der Stelle sag ich mal ein herzliches Willkommen zu Dead by Daylight. Ja ich bin nicht alleine, das Problem ist man hört sie nicht. Es ist eine Kollegin vom PC. Ja mir muss gerade Crossblitz sein wieder mal und ich habe keinen Plan gegen welchen Killer wir gerade spielen und das Problem ist die Colin, ja man lässt sich nicht unterhalten. Ok Kilometer Abbeats, ein Hüppel, meine Kiste, wach 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 wach, wach wach, wach wach. Ok ein Sunny Kasten, gut für mich. Ok da spar ich lieber mal meinen Sprintboost auf. Sicher sicher bei sowas. Da drüben. Ich denke mal der Typ hat Barbecue, das warten wir dann für uns zu kurz und dann bin ich dann weg hier. Also Killer denkt, dass ich hier am Jenny mache. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das ist ein Puppe. 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 Ja, wo ist denn hin? Ich glaube hier ist ein Camperbrugel irgendwie. Ja, wo ist denn hin? Wenn wir mal ein Cam machen, haben wir es bis jetzt geschafft und das ist keine Gullivianz. Ja, wo ist denn hin? Ich habe keine Ahnung warum. Wow. Ich habe keine Ahnung. 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 Das ist gerade anstrengend. Ich lass mich springen bis jetzt gerade abzuschauen. Wir können seine Pürze zwischen, wirklich. Ich weiß eigentlich gar nicht, ob das reichen würde, der Barbecue-Bereich. Wir müssen die Pürze zwischen, wirklich. Wir müssen die Pürze zwischen. Wir müssen die Pürze zwischen. Was ist das? Ah! Ich hasse diese Hiltbox von diesem Killer! Diese Hiltbox von dieser Ketten sind so dumm! Ja doch, ein Barbie-Spieler! Okay, da war ich wieder! Ich hab' nicht gewonnen, dass ich mich nicht gewonnen habe! Okay, sie ist tot! Da wollen wir den Opfern doch keine Scheiße! Hundertprozent Barbecue! Äh, ich hab' oben 700.000! Das ist irgendwie ein Bug, wenn wir anzeigen! Die Self-Cripper hab' ich gekriegt! Und... Ah, Porto! Okay, Barbecue! Nee! Ein Rang 1er! Boah, ein Rang 1er war! Na! Ja! 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 Ja!